Sie jodeln? Jawohl. Denken Sie, Sie können das auch? Das kann jeder. Wollen Sie es mir beibringen? Ich bin Steffi und ich bin am Jodlerfest. Aber es fehlt noch etwas. Jetzt würde ich sagen, bin ich ready, oder? Yes. Haben Sie nicht ein paar Basics? Jo, lo, lo, oder? Jo, lo, lo. Und wie tief muss es sein? Jo, lo, lo. Jo, lo, lo. Es war nicht schlecht, oder? Es ist ausbaufähig. Laa. Laa. Aber wissen Sie was? Jeden Mittwoch eines Abends haben wir die Probe. Man kann sie noch weiterbringen. Es ist ein guter, steiler Weg, oder? Vielleicht komme ich. Jeden Mittwoch haben Sie gesagt, oder? Jeden Mittwoch. High Five!